Na, meine lieben Freunde, was geht bei euch denn so schönes ab? Ja, bei mir, ne, da ist heute auch einiges passiert. Ich habe Internet! Ja, es hat funktioniert, ja. Heute Morgen war es endlich soweit, äh, zwischen 8 und 13 Uhr. Geile Zeit auf jeden Fall. Gab der Internetmann, genau genommen um, kurz nach 11 war das, glaube ich, und hat mein Internet angeschlossen und es hat alles problemlos funktioniert. Ich bin sehr, sehr glücklich, ja. Und das Internet ist tatsächlich auch, ah, zumindest was den Upload anbetrifft, zehnmal so schnell wie mein Internet zu Hause und was den Download betrifft, ungefähr, Moment, muss ich rechnen, Hilfe, was ist 20 durch 3, 16 mal so schnell. Ähm, ja, äh, ich nehme das Video gerade hier in meiner spontanen Euphorie auf. Ich hoffe, ich kriege jetzt irgendwie alles unter, was ich hier sagen wollte. Wie ihr seht, ja, ich war, ich musste halt um 8 Uhr wach sein, ne, und das kann ja kein Mensch von mir verlangen, um 8 Uhr schon fertig zu sein. Deswegen bin ich heute einfach ungeduscht, habe ich den heute entgegen genommen. Ich bin ungeduscht, ich habe nicht geduscht. Wie oft habe ich jetzt duschen in diesem einen Wort gesagt? Ich sehe echt hässlich aus, ich weiß, aber ist mir egal. Aber guck mal, hier, seht ihr, mein Spieleregal ist fertig. Eigentlich auch schon kurz nachdem ich das letzte Video gemacht habe. Ähm, genau, zum letzten Video, haha. Das kam ja kurz nachdem ich alleine war. Ja, und, na gut. Ihr habt ja gemerkt, ne, mit dem Internet vom Nachbarn, das hat ganz gut funktioniert. Hab freundlich gefragt, hat dann auch einigermaßen geklappt. Zumindest an allen Geräten außer dem PC. Warum auch immer, ja. Der PC wollte das nicht erkennen, da war kein Internetzugang, das war ein bisschen doof. Aber, die letzten Tage kam ja immer GTA, habe ich ja erklärt. Wenn ihr nur mal wissen wollt, warum, dann guckt euch die GTA-Folgen an. Ne, da habe ich ja quasi hier aufgenommen und dann über mein Handy hochgeladen. Das hat alles wunderbar funktioniert. Aber, jetzt auch endlich mit eigenem Internet und jetzt, meine lieben Freunde, ja, geht es wieder richtig los. Und ich habe mir überlegt, ja, für meine letzte halbe Woche, bevor es mit den Vorlesungen vorgeht, äh, losgeht, und wieder als Wiedergutmachung, kommen jetzt richtig viele Videos, ja. Richtig viel. Ich habe mir was überlegt, ich habe ein bisschen was getan, was vorbereitet, ja. Zum einen, heute, ich weiß noch nicht, wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich gleich sofort, wenn ich es hochlade. Gleich mal der Test, wie schnell der Upload ist. Ja, könnte sogar sein, dass es zeitgleich mit GTA so online kommt. Ähm, nimm, 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 genau. Erstmal, heute kommt wieder GTA und The Witcher wird jetzt natürlich auch weitergehen. Ähm, wahrscheinlich werde ich das dann erst morgen anfangen aufzunehmen und dann ab Samstag, ab Samstag kommt es wahrscheinlich wieder, ähm, ja, ne, The Witcher hat jetzt nicht die höchste Priorität für mich, gebe ich ganz ehrlich zu. Stattdessen wird noch was anderes kommen, denn ich habe gestern, ne, vorgestern war das, vorgestern, ein komplettes Let's Play im Voraus aufgenommen, ja. Und das wird jetzt die nächste Woche kommen. Ähm, wie gesagt, als kleine Video-Gutmachung, weil lange keine Videos kamen und weil ich Bock auf das Spiel hatte und weil mir scheißenlangweilig hier war und ich wusste, was ich tun soll. Welches Spiel es ist, verrate ich noch nicht. Ähm, wird wahrscheinlich heute Abend dann die erste Folge schon kommen. Heute Abend irgendwann mal gucken und ab morgen dann quasi ab 12 Uhr, 12.15 Uhr um genau zu sein, ähm, als auch Überbrückung bis zum nächsten Livestream-Projekt. Denn Resi 4 werde ich noch ein bisschen, werde ich jetzt wahrscheinlich erst nächste Woche starten mit dem Livestream, weil ich natürlich erstmal gucken muss, wie das hier alles funktioniert, Livestream, bla bla. Und, ähm, dafür werde ich einen kleinen Test-Stream machen. Denn, morgen Abend, am Donnerstag, passt ja, äh, mache ich dann den ersten Livestream von diesem Ort hier. Ähm, ähm. Äh, 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 genau. Der wird schon ein bisschen früher stattfinden, nämlich um 19 Uhr möchte ich anfangen. Das ist ein kleiner Test, weil ich hab ja gesagt, jetzt wo ich alleine wohne, kann ich endlich ein bisschen früher mit den Streams anfangen. Lag immer daran, dass es bei uns so spät Essen gab und bla bla bla. Ähm. Und ich jetzt quasi ab dann alleine gelassen werden konnte. Und deswegen kamen wir so spät. Deswegen möchte ich jetzt testweise schon mal um 19 Uhr anfangen. Mal gucken, ob ich jetzt den Termin so beibehalte, werde ich dann sehen. Ähm. Und zwar werden wir wieder ein bisschen Need for Speed spielen. Need for Speed Most Wanted. War ich euch ja eigentlich nur ein Stream schuldig. Ich hab ja gesagt, ich würde eigentlich zwei Streams vorm Umzug machen. Habe ich leider nicht geschafft. Seidens werden wir den morgen machen. Mal gucken, wie lange. Und ein bisschen die Herausforderungsserie weitermachen. Genau. Hoffentlich dann auch in geiler, besserer Qualität. Ja. Freue ich mich drauf, wenn das funktioniert. Ähm. Ja, und ab nächster Woche Donnerstag dann, ähm, Rezi 4. Und bis dahin wird, wie gesagt, dieses Projekt kommen. Das ist kein langes Projekt. Deswegen habe ich es ja auch komplett im Voraus aufgenommen. Es hat insgesamt neun Folgen. Ähm. Ja. Ein nettes kleines Spiel wird zwischendurch. Genau. Ähm. Ähm. The Witcher wird dann auch bald weitergehen. Ähm. Live-Stream habe ich erwähnt. Achso. Genau. Jetzt natürlich auch, äh, was ich jetzt gleich machen werde. Beziehungsweise dann wahrscheinlich nachher. So, ne. Heute Abend. Heute früh vor mit, mit na, 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 na. Irgendwann dann. Äh. Life is Strange 2. Meine Fresse, ne. Natürlich muss es genau in meinem Umzug erscheinen. Und genau muss es dann natürlich mit dem Internet nicht klappen. Beziehungsweise so lange dauern. Ähm. Ja, ich habe es schon runtergeladen. 10 GB. Das war in nicht mal ne Stunde fertig. Es war so wunderschön. Ja. Zu Hause hätte 10, äh, hätte das ungelogen. Die 10 GB hätte ungefähr 10 Stunden bei mir gedauert. Da wusste ich schon, okay. Dann war nach, durch, äh, rattern. Hier war das mal eben in nicht mal ne Stunde fertig. Ah, ist so schön. Ich habe mich lange nicht rasiert. Ähm. Lange nicht rasiert und das ist so ein Luschenbrat. Naja. Gut. Ähm. Ja, ansonsten werde ich das Wochenende mit der Overwatch, mit dem Overwatch-Event verbringen, was da jetzt erschienen ist. Mal gucken. Wie lange ich Spaß daran haben werde. Genau wie die Placements. Finde ich ganz gut, dass ich die jetzt zumindest mal zocken kann. Und vor allen Dingen mit gutem Ping. Nicht mehr so mit dummer Kackscheiße wie bei meinem alten Internet, der sich das entlemmt. Egal. Zumindest, ähm, ja, will ich das jetzt machen. Hat euch jetzt nichts zu interessieren. Ich habe ja die letzten beiden Events schon gar kein Event-Video mehr gemacht. Ähm. Zugehundermaßen. Beim ersten Mal, weil ich es verkackt habe. Beim zweiten Mal, weil ich es voll vergessen habe. Und deswegen werde ich wahrscheinlich auch diese Serie jetzt erstmal ruhen lassen. Weil ich mir ja denke, so, mhm. Hat eh kaum jemanden interessiert. Übrigens, ich möchte, ähm, habe ich vor. Mein Gott, ich nehme mir so viele Pläne gerade, ne. Da muss ich mir auch nochmal überlegen, wann und wie. Ich hatte ja schon öfter überlegt, das eine Stunde in Format zu einem wöchentlichen Format zu machen. Und jetzt, wo ich die Dinge auch halbwegs schnell uploaden kann, werde ich das vielleicht auch mal wahrnehmen. Ich verspreche noch nichts. Ich sage es noch nicht sofort. Hey. Kommt jetzt direkt. Muss ich nochmal gucken. Vor allem jetzt nicht bei Life is Strange, weil das wird erstmal noch lange genug dauern. Der Upload würde ja nicht so lange dauern, aber das Zocken und Rendern, das wird richtig lange dauern. Und Leute. Ähm. Gut, ich glaube, ich habe alles erwähnt für dieses Update. Aber jetzt geht es nochmal richtig los, ja. Heute Abend neues Projekt. Ab morgen dann auch. Und irgendwann im Laufe des Wochenendes Live is Strange 2. so früh wie geht, natürlich. Und, ähm. Ja, irgendwann dann auch mal Witcher 2. Ja, das ist nicht so viel. Nee, Witcher 2 ist auch gut, aber GTAs natürlich macht mehr Spaß. Gut. Dann sage ich jetzt wieder irgendwo zu sehen. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Ich hoffe, ihr ins Internet macht keine Kacke noch, ne. Hier mit irgendwelchen ständigen DCs oder so. Noch hatte ich keinen in den zwei Stunden knapp, die ich jetzt das Ding benutze. Und ja. Wir sehen uns dann bei Videos. Endlich wieder. Endlich wieder. Den ganzen Tag vor YouTube hocken und dumme Videos gucken, die mich gar nicht interessieren. und nichts machen. Aber es war eigentlich ganz cool. Also, ähm. Nochmal rückwirkend. Die letzte Woche. Ähm. Oder die, ja. Ungefähr, ne. Die letzte Woche. Anderinhalb sind es ja fast schon nicht alleine. War ein bisschen doof ohne Internet. Aber es hat auch geholfen. Ich war echt produktiv. Was Film und Serien gucken angeht. Ich hab halt, ähm. Komplett Maniac durchgeguckt. Auf Netflix. Ne. Die neue. Das neue. Die Limited Series. Eine Staffel. Die zehn Folgen. Ich hab die ersten zwei Staffeln Futurama geguckt. Bin jetzt in der dritten. Nach der Amazon Sortierung. Die sind ein bisschen anders als in echt. Ich glaub, ich hab eigentlich noch nicht mal die zweite durch. Aber nach der Amazon Sortierung zumindest. Ähm. Ich hab einen Haufen Filme geguckt. Hab endlich mal die ganzen Blu-rays geguckt, die ich noch offen hatte. Ähm. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Ähm. Ich hab auch irgendwas. Was hab ich nochmal gezockt? Ich hab irgendwas auch noch gezockt. Am Anfang. Achso, klar. Smash Brothers. Ich hab ja Super Smash Bros. 4U gezockt. Ähm. Da hab ich jetzt endlich mit allen Charakteren den All-Star-Modus durch. Das heißt, ich hab eigentlich alle Trophäen, die einfach zu holen sind. Über 700 schon. Von, wie viel gibt's? 714 oder so. Irgendwie so in dem Dreh. Mir fehlen nicht mehr viele. Das sind aber leider alles Trophäen, die absolut unmenschlich sind. Wo man halt sowas wie Meister-All-Star mit allen auf schwer. So gut bin ich leider nicht. Alles hab ich zumindest das Spiel für mich durchgespielt. Und Smash Bros. All-E-Mails kann kommen am Ende des Jahres. Mal gucken, ob das passiert, weil ich muss mir auch noch Red Dead Redemption 2 vorbestellen. Und ich muss jetzt selber mich um meinen Einkauf kümmern und so weiter. Hab schon viel Geld ausgegeben. Für Scheiße. Muss noch ein bisschen Bilder hier für Einrichtungen kaufen. Ähm. Ich hab da schon ein bisschen was in Aussicht. Kostet leider ein bisschen viel. Und ich will ja dann auch bald die Room-Tour machen. Mach ich dann erst, wenn wirklich alles halbwegs fertig ist. Wenn ein paar Bilder hängen und so. Der Rest ist eigentlich fertig. Aber, ja. Mal gucken. Gut. Da hab ich glaube ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Ähm. Schon viel zu lange. Ich danke fürs Zusehen dieses Videos. Ab jetzt geht's wieder los. Ich bin motiviert. Mut-i-wirt? Ja. Nee, eigentlich ja nicht. Weil ich lebe ja nicht mehr bei meiner Mutti. Hahaha. Bis denn. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020